Die Fahrradzahne sind schnell. Die sind nachschlecken. Ich habe nicht niederflogen. Ich kann nicht den Platz treiben. Oh, jetzt ist ein hartes Fahrrad. Was? Papa, ich kann nicht den Platz treiben. Geht eh. Nicht anstrengen. Oh, Sarelli! Ich ja. Mama. Er filmt euch. Für die Julia. Ich gehe mal anders hin. Ich tu da mal anders hin. Ich tu da mal anders hin. Ich tu da mal anders hin. Da darfst du aber nicht dran finseln. Ja, da unten drängt einer das Wasser. Papa, geh mal weiter. Papa, ich fahr da mal vor. Papa, wann fahren wir wieder? Komm, Papa. Wer hat die Glocke? Komm, Warte. Ja, kannst du schon voraus fahren. Ja. Vorne, links. Papa, komm jetzt. Wir fahren bis Regelsbrum. Papa, komm. Ja, warte ein bisschen. Ich muss das Schiff filmen. Willst du bis Schandorf fahren mit dem Radl? Wo fahrt er hin? Die meisten fahren von Brug bis hierher zum Eis essen von hinten. Äh? Was? Ja. Der Rebekka, weißt du die Große? Der Bruder, also der, was in der vierten geht in meiner Schule. Der ist mit dem Radl von Schandorf bis hierher gefahren. Wir fahren bis Schandorf. Schandorf bis mittelbunt. So, jetzt schauen wir noch den Brotner. Ja. Ich habe den Glocke, ich habe keinen Schiff. Papa, lass dich unten trinken. Ja. Nein, den verdrück ich nicht, ich habe keinen Brot. Weil sonst meine, ein Frischmittel. Ja. Peter, in das Wasser. Wenn sie was waschen, was pinkeln oder was machen, das kommt dann da ins Meer. Deswegen, das willst du trinken, wenn der... Nein, 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 pinkeln. Bitte da reinscheißen. Da hat er eine Zeitung aus. Hast du reingespult? Siehst du das? Papa! Siehst du das Zeichen? Papa! Siehst du das Zeichen? Papa! Du bist gerade... Ich weiß nicht, wo du bist. Papa, komm jetzt! Papa, komm jetzt! Jetzt schau da her. Papa! 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 Papa, komm jetzt! Papa, ich komm! Komm schon! Genau!